Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Heute geht es um einen der beliebtesten Speisepilze überhaupt und zwar den Fichtensteinpilz. Warum der Name Fichtensteinpilz etwas irreführend ist, wie man neue Steinpilzhabitate erschließen kann, wann und wo man Steinpilze finden kann und wie es mit den typischen Verwechslungspartnern aussieht, all das in diesem Video. Auf geht's! Die wahrscheinlich wichtigste Frage vorweg, wann geht es denn überhaupt los? Wie war es denn in den letzten Jahren? Los geht es bei den Fichtensteinpilzen bei uns in Oberbayern meistens im Juni. Den ersten Fichtensteinpilz 2022 gab es zum Beispiel am 10. Juni. 2021 gab es dafür einen extrem späten Start mit dem ersten Fichtensteinpilz am 5. Juli. 2020 gab es den ersten Fichtensteinpilz dafür schon am 7. Juni. Wie man in der Beschreibung sehen kann, das kann auch wirklich sehr, sehr stark variieren. Warum ist der Name Fichtensteinpilz, wie in der Einleitung schon angesprochen, so ein bisschen irreführend? Ja, finden kann man Fichtensteinpilze im deutschsprachigen Raum eigentlich fast in jeder Waldart. Egal ob reiner Nadelwald, reiner Laubwald oder auch im Mischwald sind Funde möglich. Besonders gerne geht der Fichtensteinpilz eine Symbiose mit Fichten, Tannen, Eichen, Buchen und Linden ein. Und somit ist der Fichtensteinpilz definitiv nicht nur an die Fichte gebunden. Wie werde ich denn jetzt zum echten Steinpilz-Profi? Was ist denn der einfachste Weg, neue Steinpilz-Habitate zu entdecken? Woran kann ich denn Steinpilz-Habitate überhaupt erkennen? Ja, das Tolle am Fichtensteinpilz ist, dass er seine Standortansprüche mit einigen anderen Arten teilt. Häufig in Fichtensteinpilz-Habitaten erscheinen nämlich die sogenannten Steinpilzanzeiger, von denen der Mehlressling und der Pfefferröhrling unserer Erfahrung nach die mit Abstand zuverlässigsten Anzeigerpilze sind. Wenn wir Steinpilze finden, dann sind im gleichen Gebiet zu 70 bis 80 Prozent dort im Verlauf eines Pilzjahres auch Mehlresslinge und Pfefferröhrlinge zu finden. Im Umkehrschluss findet man Mehlressling und Pfefferröhrlinge, dann sollte man sich die Stelle im Wald gut einprägen und regelmäßig auf Steinpilzverkommen prüfen. Das zur rechten Zeit am rechten Ort sein müssen, entfällt und das macht es um einiges leichter, neue Steinpilz-Habitate zu entdecken. Gerade wenn man erst beginnt, sich mit den Steinpilzen auseinanderzusetzen und wenn man noch wenig Erfahrung sammeln konnte, vermutet man oft, dass Steinpilze selten sind. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Fichtensteinpilze gehören in den meisten Regionen und in den meisten Pilzjahren zu den absoluten Massenpilzen. Wie viele Röhrlinge wachsen aber auch die Fichtensteinpilze meist in Wellen. Dabei sind von Juni bis November normalerweise durchgehend Einzelfunde möglich. Je nach Pilzjahr gibt es aber zwei, drei, vielleicht vier Phasen mit Massenwachstum. In diesen Tagen oder auch Wochen schießen die Fichtensteinpilze aus allen Rohren und lassen sich dann nicht nur vereinzelt, sondern auch gleichzeitig in mehreren Habitaten mit zahlreichen Fruchtkörpern gleichzeitig finden. Gibt's beim Speisewert Besonderheiten zu beachten? Ja, wie schon beim Sommersteinpilz erklärt, die verschiedenen Steinpilzarten und somit auch der Fichtensteinpilz zählen zu den wenigen theoretisch rohverträglichen Arten. Das hat einige Vorteile. Es sind theoretisch Rezepte mit rohen Steinpilzen möglich, zum Beispiel in den Salat gehobelt oder als Steinpilz-Carpaccio. Man muss sich auch überhaupt keine Gedanken über eine ausreichende Garzeit machen. Auch empfindliche Personen sollten Steinpilze problemlos vertragen. Es gibt auf der anderen Seite nämlich nicht wenige an sich essbare Arten bzw. Artengruppen, die auch gekocht als relativ unverträglich gelten. Da muss man sich bei den verschiedenen Steinpilzarten zum Glück keinerlei Gedanken machen. Neben dem tollen Geschmack ein echter Vorteil der Steinpilze. Was sind denn jetzt eigentlich die Kernmerkmale des Fichtensteinpilzes? Wie kann ich Fichtensteinpilze erkennen? Ja, die Hudoberseite ist weißlich bis bräunlich gefärbt. Fichtensteinpilze besitzen sehr oft einen weißen Hutrand. Die Röhren sind jung weißlich und im Alter gelb-grünlich gefärbt. Das absolut wichtigste Merkmal ist das weiße Stielnetz, das zwar mal deutlicher und mal weniger deutlich ausgeprägt sein kann, aber bei genauerer Betrachtung immer vorhanden sein muss. Eine Grundregel? Kein Stielnetz, kein Steinpilz. Das Fleisch ist fest, weißlich gefärbt, nicht verfärbend und direkt unter der Huthaut schwach-rötlich verfärbt. Die Geschmacksprobe fällt immer angenehm nussig-mild aus. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Ja, verwechselt werden kann der Fichtensteinpilz vor allem mit anderen Röhrlingen. Besonders ähnlich sind natürlich in erster Linie andere Steinpilzarten, wie zum Beispiel der Sommersteinpilz. Der Sommersteinpilz ist in der Regel an Laubholz gebunden und erscheint vor allem bei Eiche, Buche und Linde und nicht im Nadel- oder Nadelmischwald. Während der Fichtensteinpilz direkt unter der Huthaut im Hutfleisch wie beschrieben immer etwas rötlich verfärbt ausfällt, fehlt diese rote Verfärbung beim Sommersteinpilz. Der Hut der Fichtensteinpilze fällt außerdem gerne speckig glänzend, der Hut der Sommersteinpilze eher matt aus. Der Maronenröhrling? Auch wenn der Maronenröhrling auf den ersten Blick gar nichts mit den Steinpilzen am Hut hat, so wird die Art immer wieder für einen Steinpilz gehalten. Ein echter Mythos ist, dass alle Röhrlinge mit dickem, bauchigem, wuchtigem Stiel Steinpilze sind. Das ist und bleibt aber wirklich ein Mythos. Das Kernmerkmal der Steinpilze ist und bleibt das Stielnetz. Röhrlinge wie der Maronenröhrling ohne Stielnetz sind keine Steinpilze. Die Form des Stiels, egal ob lang, kurz, dick, dünn, wuchtig, bauchig, schmal und so weiter, ist beim Maronenröhrling kein Bestimmungsfaktor und extrem variabel. Der Anhängselröhrling? Der Anhängselröhrling wird nicht umsonst auch gelber Steinpilz genannt. Der Anhängselröhrling besitzt die gleiche Form, ein Stielnetz, einigermaßen ähnliche Farben und kann im gleichen Habitat wie Fichtensteinpilze erscheinen. Allerdings besitzt der Anhängselröhrling zitronengelbliche Röhren, oft mehr rotbräunliche Hutfarben und ganz schwach blauendes Fleisch. Auch wenn der Anhängselröhrling theoretisch essbar wäre, so ist die Art aufgrund des Seltenheitswertes unbedingt zu schonen. Der Gallenröhrling? Der Gallenröhrling kann im gleichen Habitat erscheinen, besitzt auf der Hutunterseite ebenfalls Röhren und erreicht ungefähr die gleiche Größe wie der Fichtensteinpilz. Das war's dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Der Gallenröhrling besitzt nämlich nicht ein überwiegend weißes, sondern ein überwiegend dunkles Stielnetz. Die Röhren verfärben sich im Alter außerdem immer rosastichig und nicht gelbgrünlich. Hinzu kommt der bittere Geschmack. Wer sich also unsicher ist, der kann zur Unterscheidung Fichtensteinpilz-Gallenröhrling schlussendlich eine Geschmacksprobe durchführen. Schmeckt er von bitter, kann es kein Steinpilz sein. Schmeckt er von mild, kann es kein Gallenröhrling sein. Der wurzelnde Bitterröhrling? Gibt es auch giftige Verwechslungspartner vom Steinpilz? Ja, im Prinzip eigentlich nur theoretisch. Seltener kommt es tatsächlich vor, dass der wurzelnde Bitterröhrling für einen Steinpilz gehalten wird. Die Art besitzt aber nicht nur eine bittere Geschmacksprobe, sondern auch ganz andere Farben. Besonders hilfreich bei der Unterscheidung ist auch das Blauen bei Verletzungen. Während der wurzelnde Bitterröhrling sich bei Verletzungen bzw. vor allem im Schnittpilz stark bläulich verfärbt, verändern Steinpilze ihre Farbe bei Verletzungen nicht. Alleine das ist schon ein echtes K.O.-Kriterium und ein tolles Unterscheidungsmerkmal. Sollte trotz dieser eindeutigen Merkmale noch Unsicherheit herrschen, kann auch hier die Geschmacksprobe durchgeführt werden. Der wurzelnde Bitterröhrling mit dem namensgebenden bitteren Geschmack und der Steinpilz wie gehabt immer mit angenehmen mildem Geschmack. Ja, ich bin schon mega, mega gespannt, wie das Vorkommen der Steinpilze im Pilzjahr 2023 ausfällt. Nachdem die verschiedenen Steinpilzarten 2020 bei uns mehrmals in extremen Massen zu finden waren, folgten mit 2021, 2022 bei uns in der Region, wie schon beschrieben, eher unterdurchschnittliche Steinpilzjahre. Ein bombastisches Jahr bei den verschiedenen Steinpilzarten wäre bei uns in der Region damit quasi eigentlich fast schon überfällig. Wie war es denn bei euch in den letzten Jahren? Wann konntet ihr die ersten Fichtensteinpilze in den letzten Jahren finden? Hat es bei euch meist im Juni geklappt oder musstet ihr häufiger auch mal bis in den Juli oder vielleicht sogar August hineinwarten? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen zum Thema und drücken euch schon jetzt die Daumen, dass es bei euch vielleicht mit einem frühen Rekordfund oder sogar mit einem überdurchschnittlichen Steinpilzjahr klappt. Habt alle ein tolles Pilzjahr, genießt die immer größer werdende Artenvielfalt in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann!